Ich freue mich, Sie in der kommenden Woche in Frankfurt zum CCD 2014 begrüßen zu können. Ich bin bei Comunado als Jira-Consultant tätig und berate unsere Kunden hauptsächlich für Konzeption, Implementierung und Weiterentwicklung von Jira-Projekten in allen möglichen Geschäftsbereichen und Unternehmensprozessen. Zum CCD möchte ich Ihnen ein ganz besonders spannendes Beispiel von einem unserer Kunden zeigen. Wo wir ein paar sehr unübliche Prozesse abgebildet haben, zumindest die man nicht zur allerersten mit Jira identifizieren würde. Wir werden ein bisschen genau reinschauen und uns die Details anschauen, was da passiert ist, warum das aus unserer Sicht so spannend ist. Und ich möchte Ihnen natürlich auch zeigen, wie es dazu kam und was man auch so machen kann. Vielleicht kann es eine Inspiration für Sie sein, zu sehen, wofür man Jira noch so nutzen kann für Prozesse, Geschäftsprozesse, die vielleicht kritisch für Ihr Unternehmen sind, aber nicht in allererster Linie was mit IT zu tun hat. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, Sie begrüßen zu können. Dienstag kommende Woche in Frankfurt zum CCD. E �istungs-T 옳nen-V Girls Jä ώ